jo leute was geht willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja heute geht es um ein politisches thema wenn so ein bisschen politisch hier ich bin auf dieses video gekommen ist nicht von youtube ist von irgendwie da bitte oder so keine tue keine ahnung und da bin ich auf dieses video gestoßen gestoßen genau hat 1081 aufrufe und ich will euch mal fragen was euch dort auffällt nicht so schaut mal was euch da auffällt es wird keinem von euch auffallen habt ihr es nicht entdeckt ja ich sag mal dieses auto junge jetzt kommt dieser corona virus ich sag mal dieses auto ja das ist genau dieses auto versteht da gefangentransporter und leute hier das sind normal die autos okay das ist ein bisschen komisch das ist das auto wo angela merkel normal einsteigt und aussteigt und das auch immer so ein security officer oder so der dabei ist und steigen immer mit so einem security officer auf und mit ganz vielen bodyguards und so und kann das sein leute kann ich will kein konfigurieren kann das sein dass krass das angela merkel in gefangenschaft ist festgenommen ist die ja aber ihr seht hier ihr seht hier hinter gittern und alles kann das sein dass angela merkel festgenommen ist unter haftbefehl steht nur die verheimlichen uns etwas ich bin mir dort nicht so sicher aber schreibt gerne mal in die kommentare und ja bis das war's mit diesem video lasst gerne mal da und bis zum nächsten mal ja